Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 26. April 1996. Der Tag, an dem ein Führungsopfer, Jan Philipp Reemsma, endlich freigelassen wurde. Die Sache liegt 25 Jahre zurück. Und doch stehen Christian Arndt plötzlich wieder Tränen in den Augen. Wir wollen wissen, wie er sich gefühlt hat, als damals die Nachricht kam, Reemsma sei frei. Kaum ist die Frage gestellt, da bebt seine Stimme und er ringt um Fassung. Ich habe geheult. Das kommt jetzt wieder hoch. Ich habe das mal geheult. Ich konnte es einfach nicht fassen. Dass es jetzt gelöst war. Die ganze Anspannung, alles. Für Pastor Christian Arndt waren die zwölf Tage vom 15. bis 26. April 1996 sicherlich die aufreibendsten seines Lebens. Er hat viel geraucht, wenig geschlafen, durfte sich tagsüber in seiner Gemeinde nichts anmerken lassen, war die ganze Zeit voller Zweifel und lauerte immer darauf, dass das Handy klingelt und sich die Entführer melden. Die Angst, dass Reemsma am Ende vielleicht doch ermordet wird und er, Arndt, eine Mitverantwortung daran trägt, das hat ihn schwer belastet. Es ist das erste Mal überhaupt seit 1996, dass die beiden Männer, die entscheidend dazu beitrugen, Reemsma aus seinem Kellerverlies zu befreien, ein Interview geben. Christian Arndt, damals Pastor der Friedenskirche auf St. Pauli, ist der eine. Michael Herrmann, damals Galb-Politiker, der andere, einer, der sich für die Hausbesetzer in der Hafenstraße engagierte. Was Arndt und Herrmann zu berichten haben, ist so spannend wie ein Thriller von Jean Le Carré und nicht sehr schmeichelhaft für Hamburgs Polizei, die am Ende die Lorbeeren einheimste, obwohl ihr etliche Pannen unterlaufen sind, die Reemsma das Leben hätten kosten können. Keine Fragen mehr beantworten kann der Dritte, der damals an der Geldübergabe beteiligt war, der aus Reichstedt stammende Soziologe Professor Lars Clausen. Er starb bereits vor elf Jahren. Es ist der Abend des 25. März 1996. Jan Philipp Reemsma, promovierter Literaturwissenschaftler, Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung und ein Eigenbrötler, will ganz früh zu Bett gehen. Er hat eine Flasche Rotwein getrunken, um sich, wie er später schreibt, die nötige Bettschwere zu verschaffen. Ein Buch möchte er sich noch holen und verlässt dazu gegen 20.30 Uhr sein Wohnhaus in Blankenese und geht zu seinem nur rund 50 Meter entfernten Arbeitshaus, wo sich die Bibliothek befindet. Einige Zeit später, als sie bemerkt, dass ihr Mann nicht zurückgekommen ist, sieht Ann-Kathrin Scherer, die Ehefrau, nach dem Rechten. Sie erschrickt, als sie Blutflecken entdeckt. Die Statue vorm Eingang ist umgekippt, in eine Klarsichtfolie gehüllt und mit einer Handgranate beschwert, das Schreiben der Entführer. Wir fordern ein Lösegeld von 20 Millionen D-Mark, steht da. Das Einschalten von Presse und Polizei bedeutet den Tod. Der Entführte haust angekettet in einem Keller. Er hat strikte Anweisungen. Wenn es an der Tür klopft, soll er seinen Kopf auf die Matratze drücken, damit er niemanden erkennt. Nur einer der Entführer sucht ihn in diesem Verlies auf. Reemsmann nennt ihn den Engländer, weil er ausschließlich in akzentfreiem Englisch zu ihm spricht. Heute wissen wir, es ist Thomas Drach. Für Reemsmann sind die Gespräche mit dem Engländer eine, wie er schreibt, Oase in der Eintönigkeit. Später ärgert sich Reemsmann zwar über diese Gefühle, aber ja, er gibt zu, er sei dem Entführer regelrecht dankbar, als der ihm Bücher bringt, Jean Le Carre's Die Libelle etwa und Tom Wolffs Fähige Feuer der Eitelkeiten. Reemsmann schreibt, dass es Momente gibt, in denen er sich wünscht, der Engländer würde ihn trösten, ihm die Hand auf die Schulter legen. Das Verhältnis zum Entführer habe zeitweise etwas Kumpel, fast Kumpanenhaftes, schreibt er. Phänomene, für die es einen Namen gibt. Stockholm-Syndrom. In seiner ersten Woche im Keller marschiert Reemsmann nur auf und ab, soweit es die Kette an seinem Fuß zulässt. Drei Schritte hin, drei Schritte her. An dem einen Tag kommt er auf 15.000, am anderen auf 18.000 Schritte. Zwei Tage nach dem Verschwinden Reemsmars schicken die Entführer das erste Lebenszeichen ihrer Geisel. Ein Foto. Reemsma, sitzend auf einem Stuhl, bekleidet mit einem Trainingsanzug, in der Hand eine Tageszeitung. Jemand hält eine Kalaschnikow ins Bild. Das Foto weckt Erinnerungen von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer hat die RAF eine ähnliche Aufnahme gemacht, kurz vor dessen Ermordung. Anweisungen für eine Geldübergabe enthält der Brief nicht. Stattdessen wird die Familie aufgefordert, Grußannonsen in der Mopo zu schalten. Die erste erscheint am 28. März. Alles Gute, Ann-Kathrin, melde dich mal persönlich. Daneben eine Faxnummer für weitere Anweisungen. Was so viel heißen soll wie, wir sind bereit zu zahlen. Trotz der Drohung, Reemsma zu töten, falls die Polizei eingeschaltet wird, hat sich Ann-Kathrin Scherer gleich nach der Entführung an die Kripo gewandt. Es ist die Polizei, die jetzt fast täglich den Weg über die Mopo-Grußanzeigen wählt, um Kontakt zu den Entführern aufzunehmen. Alle Annoncen beginnen mit Alles Gute, Ann-Kathrin. Dann folgt die jeweilige Nachricht. Ich hoffe, du meldest dich bald. Oder Ich mach doch alles, was du willst. Was ist los? Wir wollen doch beide das Gleiche. Möglich schnell. Melde dich. Endlich, am 3. April um 2.45 Uhr ruft einer der Entführer an. Seine Stimme wird von einem Verzerrer verfremdet. Kurz darauf soll die Geldübergabe stattfinden, die dann aber scheitert. Dremsmaas Ehefrau und der als Geldbote vorgesehene Anwalt Johann Schwenn, ein Freund des Entführten, kommen zu spät, weil der Volvo, den sie benutzen sollen, nicht zur Verfügung steht, sondern erst bei der Polizei abgeholt werden muss. Als Scherer und Schwenn durch den Elbtunnel fahren und an der Autobahn nach einem Blinklicht Ausschau halten, ist da keins mehr. Die Entführer wissen jetzt, dass die Polizei im Spiel ist, sind stinksauer und erhöhen den Druck. Dremsmaas Frau erhält einen Brief. Sollte die Übergabe aus polizeitaktischen Gründen scheitern, schneiden wir Herrn Dremsma einen Finger ab, heißt es darin. Es vergeht eine quälend lange Woche, bis Anweisungen für eine Geldübergabe kommen. Diesmal lotsen die Entführer Schwenn erst nach Luxemburg, dann auf einen Parkplatz bei Trier, wo der Anwalt den Geldsack über einen Zaun werfen soll. Erneut gibt es eine Panne, weil eine mitfahrende Polizeibeamtin erst ihren Pass von zu Hause holen muss, verspätet sich Schwenn. Die Entführer holen das Geld nicht ab. Das Bangen um das Opfer beginnt erneut. Die Entführer wollen kein weiteres Mal Schwenn als Geldüberbringer akzeptieren. Sie verlangen von Rehmsma, er möge neutrale Personen benennen, bei denen sichergestellt sei, dass sie nicht mit der Polizei kooperieren. In seinem Kellerverlies schreibt der Entführte daraufhin die Namen Lars Clausen und Christian Arndt auf einen Zettel. Der eine lehrt in Kiel Soziologie, der andere hat, wie Rehmsma selbst, einer Gruppe von Leuten angehört, die 1987 im Konflikt um die Hafenstraße vermittelten. Montag, 15. April. Pastor Arndt hat gerade den Konfirmandenunterricht beendet, als sein Telefon klingelt. Eine elektronisch verzerrte Stimme sagt zu ihm, wir haben Jan-Philipp Rehmsma entführt. Und Jan-Philipp Rehmsma hätte mich und Klausen, einen Freund, den ich auch nicht kannte, vorgeschlagen, jetzt die Geldübergabe zu regeln und ohne Polizei. Und dann fragen sie mich, ob ich dazu bereit, sei und ich, ich weiß mal, wie vor den Kopf geschlagen und habe dann sofort zugesagt. Er habe die Entführer gewarnt, dass die Polizei aufgrund seiner Hafenstraßenaktivitäten möglicherweise sein Telefon abhört, so Arndt. Daraufhin fordert ihn die Stimme auf, sich für die nächsten Gespräche ein Handy zu besorgen. Schließlich kündigt die Stimme an, dass Arndt am darauffolgenden Tag einen Brief von Rehmsma bekommen werde. Gleich nach diesem Telefonat zieht Christian Arndt einen Mann ins Vertrauen, den Hamburgs Innensenator Alfons Paveltschik mal im Zusammenhang mit dem Hafenstraßenkonflikt in einer Senatspresseerklärung als eine Gefahr für die Sicherheit der Stadt bezeichnet hat. Den Gallabgeordneten Michael Herrmann. Christian Arndt weiß, dass Hermann mit Rehmsma's Frau gut bekannt ist. Dann dachte ich, ja, Michael, Michael anrufen. Wir hatten auch früher schon hin und wieder mal, wenn wir Gespräche, wenn die notwendig waren, uns angerufen haben, gesagt, wir müssen einen Spaziergang machen. Da dachte ich auch, ja, Michael, wir müssen ganz dringend einen Spaziergang machen. Und dann habe ich Michael davon erzählt und er sagte ja dann, dass er dann den Kontakt zur Familie aufnehmen würde, ich mich zurückhalte und er so auch so für die Polizei und so nach außen hin möglicherweise als der neue Geldbote dann mir den Rücken frei halten könnte, würde. Michael Herrmann spielt in diesen Plänen eine wichtige Rolle. Er ist es, der den Kontakt zur Familie Rehmsma halten und so Arndt und Klausen den Rücken frei halten soll. Wer die Geldüberbringer sind, darf die Polizei nach Möglichkeit nicht erfahren. Das würde Rehmsma in Gefahr bringen. Dienstag, 16. April. Der angekündigte Brief von Rehmsma trifft ein. Darin bittet der Entführte Christian Arndt darum, alles zu tun, dass er freikommt. Auch zwei Briefe für Rehmsmas Frau und Sohn Johann sind mit dabei. Herrmann erinnert sich. Na ja, und dann bin ich, ich glaube, am selben Abend noch, abends um acht oder neun, bin ich dann rausgefahren in das Wohnhaus und habe bei Ann-Kathrin geklopft und dann kamen zwei Brüllen an die Tür und waren irgendwie überrascht, wer das da ist. Sie erkannten mich wohl irgendwie, denke ich mal. Und mich habe gefragt, ob ich Frau Scherer sprechen könnte und sie kamen dann gleich und hat die Polizisten weggeschickt gleich und ich habe ihr gesagt, ich möchte gerne mit ihr mal irgendwo abgeschieden reden. Und dann sind wir runter in den Keller gegangen, nicht in den Keller, sondern in Sütterau, wo der bei uns am Tisch gesetzt haben und neben uns stand der Seesack mit dem Geld drin und dann war sie total aufgelöst und glücklich und froh, dass es einen neuen Ansatz gegeben hatte, weil sie hatte berichtet, es gibt nichts mehr, es ist im Moment alles tot da, da passiert nichts mehr, zwei oder drei Geldübergaben, gescheitert und hat nur kurz erwähnt, wieso, warum, weshalb. Dass es also schon, sie eigentlich von der Polizei recht stark abgenervt war, obwohl die sich da wohl Mühe gegeben haben, die beiden, die da immer um sie rum schwöller, wenzelten und um Johann. Naja, jedenfalls habe ich dann mit ihr drüber gesprochen, dass es wohl vernünftig wäre, dass wir uns dann planen, wir können jenseits der Polizei. Daraufhin beendet Ann-Kathrin Scherer die Zusammenarbeit mit dem LKA. Die beiden Beamten, die sich seit Beginn der Entführung Tag und Nacht in ihrem Haus aufhalten, müssen ihre Sachen packen und abziehen. Spezialisten der Wirtschaftsdetektei ESPO, zum Teil ehemalige BKA-Beamte, sollen den Fall übernehmen. Scherer fordert Bürgermeister Henning Foscherer auf, persönlich dafür zu sorgen, dass die Polizei sich ab sofort raushält. Der Bürgermeister sagt das zu. Aber ob sich das LKA auch daran halten wird? Mir war aufgefallen, dann schon sehr früh, dass auf dem Kirchenplatz von der Friedenskirche ist eine Bank, da ist so ein kleiner Park am Brunnenhof, nicht mehr im Brunnen, und da, dass da plötzlich immer jemand saß und Zeitungslager und Zeitungslager, Zeitungslager, sehr ungewöhnlich. Also irgendwann hatten Sie uns am Schirm, ja? Ja, ich hatte dann, war mir nicht klar, ist das Polizei oder sind die Entführer? Ich hatte Michael ein paar Mal noch besucht haben, wir waren Gespräche und als wir dann da an der Kneipe im Restaurant waren, dann noch gar nicht geöffnet, dann kam auch eine Frau rein, die einfach so rumging und wir unterhielten uns, es waren keine Gäste da, und da gefragt ist dann, er kann ich Ihnen helfen, nein, ich will nur gucken, also das war uns schon ziemlich auffällig. Ich merkte dann, dass, als ich mich bewegte, dass, wenn ich durch die Gemeinde ging, dass dann doch immer wieder Zivilwagen in meiner Nähe waren und das hatte mich dann genervt, dass ich dann nur mit dem Fahrrad gefahren bin und an einem Wochenende dann in die Friedensallee zu einer Bekannten gefahren bin mit dem Fahrrad und ich merkte, dass in der ganzen Umgebung an Straßenkreuz und so waren Fahrradkurriere zu zweit und zu dritt, die standen da und das fing mir so auf, dass ich sagte, also sofort war mir klar, dass, ich bin da nicht mehr Straßengefahren, so durch Parks und da konnte mein Auto nicht hinterher und deswegen wahrscheinlich dann die Fahrradkurier, aber das war so auffällig, dass ich ging da, ich war immer noch unsicher, von welcher Seite das nun ist. 18. April, Arndt bekommt einen Anruf. Er soll zur Rezeption des Hotels Fürst Bismarck gegenüber vom Hauptbahnhof kommen. Von dort gibt der Pastor den Entführern am Telefon die Nummern der Handys durch, die Michael Herrmann für das geheime Befreiungskomitee besorgt hat. Arndt dringt darauf, dass die Geldübergabe nun bald stattfindet. Alles sei bereit. Ja, dann hatte ich Ihnen auch dann am Mittwoch mitgeteilt, dass wir abfahrbereit sind. Es ist ja alles organisiert. Also wir könnten ja am Freitag, am Donnerstag oder Freitag, könnten wir genau sagen, hätten wir alles organisiert. Ich war da auf den Anruf und wir sind abfahrbereit. Und dann sagten Sie mir, das geht viel zu schnell. Sie seien in Ihren Vorbereitungen und nicht so weit. Und Sie würden sich wieder melden. Das ging dann alles nur noch über Handy. Das war für mich ein Problem, weil ich, ja, wo soll ich ein Handy tragen? In der Gemeinde und so normalen Arbeit hatte ich Pullover und so an und plötzlich hatte ich dann nur noch Sandroß an und war recht nervös. Das war aufgefallen, aber ich musste so tun, als ob ich die Arbeit weitermache und dann warten. Und ich hatte den Entführer noch gesagt, dass Sie bitte am Sonntag Vormittag nicht anrufen mögen, weil ich einen Gottesdienst habe. 23. April. Endlich der Anruf, auf den Arndt so lange gewartet hat. In der übernächsten Nacht soll das Geld übergeben werden. So wie die ESPO-Experten es ihm eingeschärft haben, stellt Arndt aber Bedingungen. Ohne ein weiteres Lebenszeichen, Rehmsmaß werde er gar nicht erst losfahren, sagt er. Er macht den Entführern klar, dass die Verantwortung für eine erfolgreiche Geldübergabe allein bei ihnen liege und verlangt völlige Offenheit. Zu den Aufgaben Michael Hermanns gehört es, das Fahrzeug für die Geldübergabe zu beschaffen. Pastor Arndt hat um einen Opel Astra gebeten. Er will das gleiche Fahrzeug wie das, das er im Alltag fährt, um in seiner Aufregung bloß nichts falsch zu machen. Mit diesem Auto fahren Lars Clausen und Christian Arndt am Abend des 24. April zur Warburg Bank. In der Tiefgarage überreichen Angestellte wortlos das Lösegeld. 30 Millionen Mark, zur Hälfte in Schweizer Franken, schleppt Arndt wenig später in zwei Sporttaschen quer durch St. Pauli bis zu seinem Fahrhaus. Er weiß, es wird noch eine lange Nacht. Da haben wir dann gewartet und bekamen dann am Mittwoch, also war das entweder um elf oder so gegen elf, halb zwölf, abends bekamen wir den Anruf an den Führern, dass wir losfahren sollten bis zur Autobachstätte Münsterland, also Bremen und so. Und ich sagte Ihnen noch mal, dass ich mich, die Sachen sollte zügig fahren, ich sagte, ich fahre nur so schnell, wie die Vorschriften sind, weil ich mich in Gefahr weggekomme, dass ich irgendwie angehalten werde und dann nur die Polizisten da reingucken. Und das hat sie akzeptiert. Es wurde mitgeteilt, dass an der Ausfahrt der Raststätte und des Parkplatzes an einem Vorfahrtsschild ein Brief für uns ist, in dem es mitgeteilt wird, wie wir weiterfahren sollten. Und das war dann auch so. Klausen ist dann raus, ich bin im Wagen geblieben. Das war immer die, bei uns beiden auch die Befürchtung, was passiert mit uns, werden wir hier vielleicht vorher schon auch gefangen. Da geistern ja so viele Vorstellungen und solche Gegend. Es gab ja auch das Gerücht, ja, es könnte sein, dass es so die Russen-Mafia oder so Banden, die berufsmäßig damit, fast berufsmäßig da sich engagieren, dass sie dann etwas zu tun haben. Also es war schon, ja, dann der Druck auch, dass gesagt wurde, ja, es geht um das Leben von Jan-Philipp Rinsmann, nicht? Die lassen uns in der Nase umtanzen. Und also dieser, also ich kann nur sagen, ich habe einfach nur funktioniert. Die Ängste waren da, die Befürchtung, aber ich habe einfach, ja, wie, das kann ich heute nicht mehr sagen, ich habe einfach funktioniert. Und von der ESPO hatten wir vorher noch eine kurze Einweisung bekommen, Klaus und ich, wie wir uns verhalten sollten. Und das ja immer auch überprüfen müssten, ob Rinsmann noch am Leben ist bei den Anrufen. Also da mussten sie dann, es sollen sie uns bestimmte Sachen sagen, die sie nur von Rinsmann wissen konnten. Das wurde uns erinnert, wo ist, kommt die Katze sowieso her und solche Sachen. Arndt und Klausen sollen die raschette Münsterland ansteuern, wo an einem Vorfahrtsschild eine Nachricht für sie angebracht ist. Und da stand nun drin, dass wir uns auf welchen Autobahnen wir weiterfahren sollten und bei einer Abfahrt, das war in der Nähe von Krefeld, runterfahren sollten und sofort links auf den Feldweg rauf. Den Feldweg weiter, bis es nicht mal weiter ginge und wir sollten uns dann den Wagen stehen lassen, uns entfällen ohne uns umzudrehen. Das war ja nachts, war das ja, es war dunkel, ohne uns umzudrehen. Sollten wir dann in den Ort reingehen und bei einer Post, wo eine Telefonzelle ist, auch warten und uns ein Taxi besorgen. Sie würden dann anrufen und sagen, wo der Wagen dann zu finden ist. Das haben wir auch dann gemacht, aber der Anruf kam nicht und ein Taxi gerufen und dem Taxifahrer nun nachts zu sagen, wir müssen noch warten. Das war nun etwas schwierig. Ich sagte immer, wir müssen noch einen Freund warten, wir wollen noch kommen. und so und dann nach Länge Zeit, noch eine Stunde oder so, die Geduld des Taxifahrers bewundere ich heute noch und das Vertrauen auch nicht, kam dann der Anruf und das Geld ist angekommen. Sie entschuldigen sich dafür, dass der Wagen in eine Böschung reingefahren haben. Ich müsste dann einen Abschleppwagen besorgen. dafür hatten sie sich entschuldigt. Arndt und Klausen nehmen ein Taxi, um zu dem Fahrzeug zu kommen. Wir sind dann gefahren und haben dann geguckt und dann sah ich zufällig, da als wir langsam an einem Parkplatz vorbeifuhren, das Glitzern im Licht, da stand ein Auto in einer Böschung etwas tiefer und habe gesagt, also zum Taxifahrer anhalten, ich bezahle und wir holen den Wagen dann und der war dann neugierig oder so hilfsbereit, er sagt, ja, ich komme mit, ich komme mit und dann kam er mit und ich dachte, oh Gott, wenn die Entführer uns noch sehen und jetzt sind wir zu dritt plötzlich wieder, ein Taxifahrer, ja, den konnten wir dann abwimmeln und dann und dann ich, von einem Feldweg war so ein Erdwall, der war so hoch aufgeschüttet, so einen Meter hoch und damit da die Autos nicht vom Feldweg dann auf den Parkplatz und Autobahn fahren, vermutlich, da war man festgefahren und ich habe dann versucht, noch mit Erderung und den Wagen rausgekommen war nichts zu lösen, ich bei Espo angerufen und die sagten, ja, sie holen einen Abschleppwagen bestellen, ja, dann kam ein Abschleppwagen und war so ein kleiner, der hinten so einen Haken dran hatte und da sagte sie, also das, was haben sie denn gemacht, also den kriege ich so nicht raus und dann sagt sie, ja, dann müssen wir uns selbst drum kümmern nicht, aber kaum waren die weg, kam dann die Autobahnpolizei und wollten nun wissen, was wer der Fahrer ist, ich habe mich identifiziert und also ich bin der Fahrer, ich habe meinen Namen und so nicht genannt und was wir da gemacht hätten und wie das gekommen ist und was wir hier eigentlich machen nicht die sagen Hamburger Nummer nicht und ich sagte ich bin nicht befucht also das stimmt was ich bin nicht befucht darüber zu reden ich darf ihnen keine Auskunft geben und ich muss mit meiner Dienststelle telefonieren dann rief ich esbo an und was soll jetzt machen hier ist Polizei und die Sonne ging auf es wurde heller hier ist Polizei und da sagten sie geben sie mal ich wollte denen Apparat an Handy geben nein das wollten sie nicht sie wollten nicht mit meiner Dienststelle telefonieren nicht und dann wollte esbo die autonummer haben und dann stellten sie sich vor dass sie die autonummer dass ich die nicht erkennen konnte und das ging es immer noch hin und her bis sie sich dann zurückzogen und sich berieten und mich fragten ob ich bereit sei 75 d-mark zu bezahlen und ich sagte ja bin ich bereit habe ich dann auch bezahlt ja dann waren wir die los und dann kam abschleppwagen der ihn rausgeholt hatte wir sind dann nach hamburg gefahren esbo war im hotel vier jahreszeiten wir beide wollten dann rein und in den frank wir wurden dann raus komplementiert nicht wir waren jetzt verschwitzt und ich hatte erde und schmutz und nicht rausgehen also das sie würden uns nicht durchstellen in das zimmer ich hatte zimmernummer gesagt wer wohnt denn da ich sagte kann ich nicht sagen nicht und ja dann von draußen telefoniert dann wurden wir reingeholt und esbo dann ja 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 dann die alles dann erzählt dass wie das gelaufen ist was gewesen ist und dann ging es ja darum jetzt 48 Stunden zu warten nicht das war eine heftige zeit das geld ist weg das ist bestätigt worden lassen sie überhaupt frei nicht ja mord oder alles ging durch den kopf nicht und ich bin ein stück dann auch mit verantwortlich dafür mit anderen zusammen nicht also nicht ich alleine aber das musste ich mit mir ja auch abmachen also diese gedanken diese sorgen und das ging ständig durch den kopf und ja wir hatten noch uns dann getroffen und ja und dann wahnsinnig viel geraucht und nicht geschlafen und immer auf einen Anruf wartend ja dann kam nachts dann auf den Sonnabend kam dann der Anruf dass er frei ist ich habe geheult das kommt jetzt wieder hoch ich habe das mal geheult nicht dass so das ich konnte es einfach nicht fassen nicht also das gelöst war die ganze Anspannung alles bei der Pressekonferenz des Landeskriminalamts wenig später feiern die Ermittler ihren Erfolg vor Christian Arndts Pfarrhaus wartet unterdessen die Presse er entgeht den Journalisten indem er den Hinterausgang nimmt Interviews will er keine geben übrigens kurz nach der Freilassung des Multimillionärs wird Arndt von seinem Postboten angesprochen der gratuliert zum erfolgreichen Ende der Entführung und sagt er sei so erleichtert in den Wochen davor habe er schon gedacht der Pastor sei irgendwie kriminell wieso na weil ich die Anweisung hatte alle Briefe die an sie gerichtet waren bei meinem Vorgesetzten abzuliefern Arndt erfährt jetzt dass es tatsächlich einen gerichtlichen Beschluss gab nicht nur die Post wurde geöffnet die ganze Zeit wurde auch sein Telefon abgehört ein zweifelhaftes Unterfangen bei einem Mann der Kirche gebracht hat es der Polizei nichts die entscheidende Kommunikation mit den Entführern fand am Mobiltelefon statt und das war nicht auf Arndt registriert übrigens ein paar Wochen nach der Entführung sind Pastor Arndt und Michael Herrmann bei Jan Philipp Rehms mal daheim zum Essen eingeladen als Dankeschön Die Jagd nach den Tätern läuft da auf Hochtouren Vier Wochen dauert es bis die Polizei in Galstedt bei Bremen das Haus findet in dem Rehms mal festgehalten wurde Über den Mietvertrag kommen die Fahnder auf die Spur von Zweien der Entführer Sie werden in Spanien festgenommen und zu 5 bzw. 10,5 Jahren Haft verurteilt Ein dritter Komplize stellt sich 1998 ihm werden sechs Jahre aufgebrummt Nur die Fahndung nach Thomas Drach dem sogenannten Superhirn verläuft zunächst erfolglos Er führt als Anthony Law angeblich britischer Staatsbürger ein luxuriöses Leben in Uruguay hat sich dort eine teure Villa gemietet fährt ein Mercedes Cabrio und hat eine schöne Frau an seiner Seite 1998 macht Drach einen Fehler er telefoniert mit einem alten Freund und erwähnt in dem Gespräch dass er wo er doch schon mal in der Stadt sei zum Konzert der größten Band der Welt gehen werde Die Polizei die das Telefon des Freundes abgehört hat ist sicher von den Rolling Stones ist die Rede Dass deren nächster Auftritt in Buenos Aires stattfindet ist leicht in Erfahrung zu bringen Die argentinische Polizei nimmt Drach fest er wird ausgeliefert und in Hamburg verurteilt Bis zum 21. Oktober 2013 sitzt er hinter schwedischen nicht genießen können Er ist inzwischen erneut in Haft Er soll an mindestens drei Überfällen auf Geldtransporte beteiligt gewesen sein und dabei versucht haben einen Geldboten zu töten Die Staatsanwaltschaft Köln wirft ihm unter anderem versuchten Mord vor Für alle die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben der Hinweis die neue Ausgabe des historischen Magazins Unser Hamburg ist dem Zeitschriftenhandel erhältlich mit 130 Seiten Stadtgeschichte lebendig und packend erzählt für 8,95 Euro Das war der Tag an dem Geschichten die Hamburgs Geschichte prägten Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast Noch mehr Historisches aus Hamburg wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg finden Sie auch online in unserem Mopo Shop unter www.mopo-shop.de www.mopo-shop.de